willkommen ihr lieben zu einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir dem thorsten und ich hoffe ihr seid gesund und helft den schwachen und bedürftigen hätte jetzt fast gesagt aber ihr wisst genau was ich meine dieser doch nicht ganz so wie soll man sagen normalen alltäglichen zeit die wir im moment haben also corona hat uns doch schon glaube ich fester im griff als wir das eigentlich meinen und ich stelle auch hier im dorf fest dass sich viele leute an gewisse sachen absolut nicht halten habe ich manchmal habe ich das gefühl wir haben keine über überhaupt keine nachrichten gehört oder überhaupt keine ich meine das ist gut keine sozialen kontakte die ihnen mal erzählen was eigentlich los ist oder was eigentlich sache ist also manche sachen versteht man nicht aber wir haben dafür die live streams da können wir da immer gerne darüber diskutieren link ist unten in der beschreibung twitch tv toto clasht wir sind aber heute auf dem rathaus sieben beziehungsweise wir sind endlich rathaus acht hier mit der lela und ich habe schon mal so ein bisschen vorgebaut denn ich habe mir heute mal einen anderen plan überlegt ich habe mir mal einen anderen plan überlegt wie wir jetzt eigentlich upgraden bzw was heißt eigentlich machen ich habe das auch glaube ich noch gar nie so gemacht denn ich habe im moment erst nur die mauern rausgeholt mehr nicht aus dem shop und wollte mir eigentlich jetzt erstmal eine rathaus acht base bauen mal sehen ob das überhaupt geht mal sehen ich habe hier den freier auch im im clan und da wollte ich eigentlich mal gucken profile visit ich glaube wir müssen auch visit gehen denn dort können wir da oben auf copy layout gehen das kann ich glaube ich im moment kopieren gucken wir mal wo er mir das hinschiebt home village ich habe sogar noch ein leeres feld dass die lassen wir mal dann nehmen wir das mal hier das ist jetzt meine meine home village okay war nicht mal so schlecht also das funktioniert in jedem fall schon mal auch wenn ihr die sache noch nicht gebaut hat das funktioniert übrigens mit jeder rathausstufe auch wenn ihr die sache noch nicht gebaut habt das was ihr vorher machen solltet ist dass ihr ein bisschen platz in der base schafft denn wir können das z als active nehmen denn wenn ihr irgendwelche hindernisse noch noch dort habt dann funktioniert das nicht aber ich sehe gerade irgendwas hat hier auch nicht funktioniert da fehlt eine mauer irgendwie dafür fehlt ein mauerstück echt im frei mauerstück oder es ist verschoben aber ich kann erst mal eins von da glaube ich hier rein schieben wenn mir das jetzt mal gelingt hier am pet warte mal das mauerstück hier würde ich gerne verschieben nach dort nach dort ja mal sehen es kann auch sein dass ich das dem da nur eins verrutscht ist oder so beim bauen der mauern aber ihr seht dass hier die neuen mauern kann man eigentlich noch ganz gut upgraden in diesem modus und dann legen wir mal los was ist eigentlich wichtig beim upgrade was nicht also was in jedem fall wichtig ist dass ihr euch erstmal eine base baut und was natürlich auch wichtig ist dass ihr euch die neuen sachen holt also bei mir stehen jetzt vier ressourcen es gibt aber nur drei denn die bilder oder die die bauarbeiterhütte wird mir auch immer noch angeboten mir fehlen ein paar gems dafür mir fehlen ein paar gems und jetzt gucken wir mal wo er das hier so hin platzieren will wo ich es eigentlich nicht hin haben will ich gucken mal gold 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 können wir hier rein machen oder gold können wir glaube ich dort rein machen oder machen wir doch gold da rein ich glaube wir machen doch gold da rein und nehmen uns jetzt mal die nächste ressourcen und das machen wir glaube ich hier rein das machen wir hier rein hier rein ich überlege gerade das so sinnvoll alles drei auf einer seite zu haben wir können das tauschen wir können tauschen hier mit mit dem ding und wir haben allerdings noch eine ressource die dauert jetzt allerdings auch schon acht stunden die acht stunden sachen die lasse ich jetzt mal ein bisschen laufen also die lasse ich die mache ich jetzt nicht sofort ich mache erstmal das was sofort geht das sind zum beispiel die fallen ihr seht das alle non und wir kriegen hier fallen dazu einmal dort und ich würde sagen wir nehmen wir eine hier hin weil sehen die das ist das eine farm base die hält auch nicht so gut aber zum alltäglichen leben hilft in jedem fall wir haben noch eine riesenbombe die können wir auch dort ruhig platzieren die können wir da gar nicht platzieren weil da kommt später ein tesla hin glaube ich ob da kommt später ein tesla hin da sind dann zwei riesenbomben das ist doof das ist eine gute frage wo machen wir die hin dann machen wir die mal dahin ich gucke ich gucke ich gucke mir die base von frei noch mal an ich bin ja jetzt auch nicht so der der typ der so gerne bases baut okay hier kriegen wir eine sprungfalle dazu die nehmen wir ruhig da rein und wir kriegen sogar zwei sprung fallen okay das ist cool das ist cool dann können wir hier noch eine mit rein nehmen würde ich sagen und dass man immer wieder da reingehen muss jetzt kriegen wir noch mal ein paar luftfallen hier rein luftfallen an der luftabwehr sind gar nicht mal schlecht aber da kann ich sie gar nicht hin bauen das ist aber ein bisschen doof dann nehmen wir die mal hier in die ecke rein ja in die ecke rein hätte ich die gern wir können noch eine machen okay dann nehmen wir die hier hinten in die ecke rein dafür sind wahrscheinlich auch die ecken vorgesehen der hat ja naja okay ich habe die sachen ja nicht draußen gehabt hätte ich die sachen man kann es doch einfacher machen fällt jetzt gerade aus man holt einfach die sachen raus und dann dann sind die sachen hier auch in dem dorf ja verfügbar okay da hätte ich auch vorher daran denken können leute müssen wir sagen müssen wir sagen in leistung hättet ihr mir das gesagt so jetzt können natürlich die sachen raushauen die wir hier noch nachträglich bauen können das ist ein bogenschützenturm eine kanone glaube ich die fences ein keine kanone okay wo das sind jetzt schon sachen die dauern alle länger das sind jetzt alles schon sachen und ich habe ja nur vier bauarbeiter das heißt einer ist jetzt gerade beschäftigt für ein paar minuten okay dann holen wir die vielleicht etwas später oder vielleicht auch erst morgen denn es gibt so ein paar sachen hier die würde ich jetzt ganz gerne upgraden die laufen auch nicht lange ihr seht hier irgendwo mein mein labor wenn ich es denn finde da oben das läuft noch zwei tage 23 mit einer rathaus 7 stufe mit den minions also mit den lakaien und ich hatte euch ja gesagt wenn man das updatet dann kann man in jedem fall einfach weiterforschen die forschung läuft einfach weiter und ich habe eben mal ich habe vorher schon ein bisschen gespickt dinger laufen ja auch alle nicht mehr lange also wir nehmen in jeden fall zwei elex sachen würde ich sagen die wir hier erst mal weiter bauen und jetzt muss ich gerade überlegen was ist die nächste elex sache die die hauen wir raus das ist die dunkle zauberfabrik das ist die dunkle aber auch bei der hellen ich muss mal gerade gucken wo sind dann meine fabriken hier eine zauberfabrik aber der hat keine hallo wo ist meine zauberfabrik ich finde meine zauberfabrik nicht scheiße ach da oben ist er ganz versteckt okay da kriegen wir eh keinen zauber weiter da kriegen wir eh keinen zauber das heißt also wir hauen wir hauen die dunkle gleich raus jetzt haben wir natürlich 4,236 millionen gold was können wir damit machen wir nehmen die clan bucke in den ausbau ein tag nur heute ein tag das ist auf jeden fall ein must have dass das ding hier zu nehmen und jetzt kommt es natürlich darauf an ich würde sagen wir nehmen die letzten beiden baarbeiter wie lange dauert das hier 15 minuten okay das nehmen wir erst mal 15 minuten und hier einmal 15 minuten aber schon ein bisschen was ausgegeben ich habe aber auch noch so viel in der cloud drin gesammelt aber man kann ja nie nie genug haben und deswegen hier neben kommt wahrscheinlich dann das neue gebäude also mit vier bauarbeitern ihr seht jetzt sind eigentlich alle vier schon mal ganz gut beschäftigt geht das nicht so wirklich weiter ich habe zweimal drachen noch im petto lag jetzt halt daran dass ich immer so ein bisschen elex überschuss hatte noch ein bisschen clash of clans ja ich freue mich allerdings freue ich mich gar nicht über diese langlaufende lupe hier denn es geht es geht ich nehme jetzt gerade zu einer zeit auf in der der loot index eigentlich nicht so hoch ist hört sich auch mal ein bisschen komisch an aber ist das gibt es wirklich könnte nach google wie viele spieler gerade online sind und gerade spielen etc und dann gibt es da so einen errechneten mittelwert was so an loot zu errechnen ist also es gibt tageszeiten das wirst du selber da braucht ja nicht unbedingt clash of clans spielen da gibt es nichts aber hier gibt es auch auch nicht so wirklich viel um meine gegner werden schwerer ich merke schon meine gegner werden etwas schwerer ich merke gerade meine gegner werden etwas schwerer und aber dass ich die truppe jetzt erstmal loswerde weil ich ganz gern das riesen event spielen würde ist glaube ich auch verständlich ich bin jetzt ich bin ja auch schon rathaus 8 na ja 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 ich bin auch schon Rathaus 8 und der hier ist nicht ganz so gut dann nehmen wir den mal mit ich habe keine clan book dabei das natürlich ein bisschen dusselig er hat so eine ähnlich verzwickte base wie ich eigentlich und dann gucke ich mal ich gucke mal eben wo der feger ist das sollte ja auch immer machen feger feger wo bist du da ist er ja 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 okay okay dann müssen wir das mal so nehmen hier und die drei ich glaube das passing ist jetzt schon ganz gut was ist gar nicht ich muss mir die aufnahme gleich mal kurz anhören dass jetzt zu laut ist für euch oder oder nicht eigentlich soll man so nicht angreifen wenn eine luftabwehr vor allen dingen noch hinter dem rathaus steht das ist eigentlich nie so gesund für drachen und die gehen natürlich jetzt erst nach dahin nach dahin nach dahin okay der will nach dahin ich würde sagen wir nehmen unseren king hier rein sind immer ganz schnell dass der drache da wieder rein fliegt richtung lager das macht er jetzt auch wunderbar und vielleicht kriegt vielleicht bekommt das lager hier unten kriegen wir nicht mehr brauchen ja in jedem fall ein bisschen gold denn wir wollen ja ich weiß nicht wahrscheinlich macht man als erstes irgendwie so mauern oder so was weil man jetzt einen kleinen gold überschuss erst mal hat und hat er schafft das auch nicht mehr auch von der luftabwehr naja okay aber wir haben den einen stern und wir kriegen den vollen bonus hier wir kommen ein bisschen höher gehen in der liga denn es gibt ja auch ein paar gems wenn man die liga erreicht ich weiß gar nicht kristall war ich schon mal mit dem in kristall liga das könnte den nächsten bauarbeiter geben gucken wir gleich mal nach wir lassen erstmal eben den drachen hier ausfliegen und dann schauen wir mal ich kann eigentlich kann ich gar nicht nach vorne gucken denn ich habe auch irgendwie immer so ein live ticker corona virus live ticker an ist weiß es hört sich schwachsinnig aber ich bin jetzt nicht medien geil oder so aber manchmal es gibt ja einige sender übertreiben es auch mit ihren nachrichten da kannst du wirklich minütlich refreshen da haben die irgendwas neues und ich meine ich nehme das nicht auf die leichte schulter ich bin ja schon länger eigentlich eigentlich oder eigentlich folge ich dem schon länger dass ich zu hause bleibe so mehr oder weniger ich war in den letzten wochen wirklich nicht so ultra viel in den büros aber das haben wir ganz gut gemacht was müssen wir denn eigentlich fürs riesen event machen wie viel riesen müssen wir mitnehmen using sechs boxer giants boxer giants nachtdorf ne ach du scheiße okay vergesst es leute das nachtdorf oh gott oh gott oh gott okay aber die gems nehme ich in jedem fall mit aber nachtdorf kann ich jetzt obwohl wir können das mal machen mit meinem kleinen nachtdorf ihr seht das hier wir machen das mal sechs stück muss ich mitnehmen wie geht das denn okay drei sechs gottes willen so eine scheiße ist das euer ernst sechs stück ist das echt deren ernst hier sechs stück kann ich das kann ich deren ernst sein oder ich meine ich jetzt bei meiner kleinen armee hier sechs boxer boxer anscheinend das ist schon hardcore aber die gehen ganz gut durch sich gerade und wir kriegen sogar die meisterhütte neue neue geschäftsidee also neue truppenarmee hier wo gar nicht mal so übel jetzt luftabwehr nehmen wir auch noch mit aber ich glaube die brauche ich nicht mehr und wenn wir jetzt den stempler da noch schaffen wenn wir den stempel 100 prozent dass wir nun geiler scheiß hey ich bin begeistert ich bin eigentlich nie begeistert vom nachtdorf aber ich hätte jetzt nicht gedacht dass diese truppen kombi überhaupt für irgendwas taucht aber es scheint ja doch so der fall zu sein naja egal ich wollte gerade sagen dann wird die folge halt für euch wieder ein bisschen länger da haben wir einmal nachtdorf gemacht aber wir gehen gleich wir gehen gleich noch mal ganz ganz kurz in den ck rein hier okay da fliegt noch ein bisschen was weg aber wir haben eigentlich alles gemacht so macht das auch mal weg 100 prozent hätte ich vorher auch schon mal mit angreifen können ja hätte ich ja vorher schon mal mit angreifen können ist das wirklich das spiel tatsache oh gott dass ich habe gedacht wir müssen normale riesen nehmen in dem anderen komischen dorf können wir was forschen wir können was forschen jawohl und wir können auch was updaten meine tages gems habe ich schon geholt wir nehmen mal die kanone oder den guard post nehmen wir den grad post hier den wachposten immer wieder rüber naja ja okay ich lasse mir jetzt mal doch ein bisschen was hier in die klaren buch spenden machen kurzen cut hören wir das mal eben an die laut oder wie leise das war und dann sehen wir uns nach dem cut kurz wieder sehr cool der ist zwar ein bisschen zu stark aber egal der hat er hat so ein bisschen was für uns eigentlich habe ich jetzt habe ich natürlich nicht die richtigen truppen dabei mal sehen ob man nicht ob man nicht doch dann irgendwo da was mitnehmen können wo so ein bisschen gold gibt wo so ein bisschen gold gibt und setzen die mal direkt erstmal auf die gold lager hier die außen sind und gehen dann gleich mal richtung dunklen pot denn unser king muss natürlich auch hoch so 12 12 die sind schon hatte hatte ich früher ich hatte früher immer so so ultra respekt und diesen dunklen magiertür mehrlich hatte ich respekt ohne ende vor denn dass die die waren immer so stark habe ich gedacht ich meine sie sind auch stark und aber sie sehen auch sie sehen auch ziemlich cool aus und ich bemerke jetzt gerade dass ich die drachen nicht so gut gesetzt habe wir kommen gar nicht bis zum dunklen da mal sehen wir nehmen noch einmal den hier aber ich glaube wir haben ganz gut gold kohol jetzt gerade ganz ganz gut ob ich gerade gold kohol die lassen wir noch mal fliegen denn ich habe jetzt so ein bisschen eine befürchtung dass wenn ich jetzt da mein king setzte der trotzdem auf die kaserne geht weil die außen steht da ne der geht okay der geht auf den bogenturm da oder er geht da auf die ecke okay vielleicht noch einmal gepustet hier an dem einmal konnte noch pusten okay morgen waren jetzt nicht so stark aber jetzt kommt gleich der magerturm schade schade nichts dunkles mitgenommen macht nichts haben wir die truppe jetzt erstmal vor ballert und ich gehe jetzt mal so ein bisschen bis ins schmalspur fahren mit etwas anderen truppen denn wenn mein meine lakaien fertig sind dann mache ich die drachen fertig oder dicke los er geht schon auf die kleinste mauer hier im dorf aber er wird es trotzdem nicht schaffen ihr seht der magerturm no way keine chance hier oder einmal noch geschlagen ach einmal hat er noch zugeschlagen okay der dicke hier ihr seht das hier ich bin schon am schmalspur machen ich krieg train im moment die hier also mal wieder ein bisschen totos machen hier ich hatte gar nichts nachgemacht hier dunkles teil kriegen wir noch nicht und das was ich eigentlich auch noch nie gemacht habe ist ich habe mir mal eine base gebaut wo ich wo man immer so schön upgraden kann setters active dann kann man hier hat er kann man so schön sehen eigentlich eigentlich ist das immer verschwendeter platz finde ich in den dörfern aber ich habe jetzt ein bisschen bisschen gold überschuss und deswegen habe ich gedacht mal erst mal hier minimum die mauern mal so ein bisschen anders farbig würde ich sagen die hier auch ja das sieht schon mal dass sie den hat schon mal ein bisschen besser aus aus und ich habe jetzt zwei bauarbeiter frei da ich heute nichts mehr mit diesem dorf mache würde ich sagen können wir dann auch noch mal in shop gehen nicht dekoration sondern die fans ist glaube ich oder wir machen mal ein paar defenses was ist was ist wichtig auf rathaus level 8 ein tag ein tag drei stunden drei stunden okay stunden stunden hört sich mal gut an machen wir hier die die kanone nicht die kann ohne den minenwerfer und dann kann ich nämlich heute doch noch was anderes anstoßen drei stunden drei stunden ein tag tesla tesla hier erzählen wir mal hier oben ich baue das gleich mal ein bisschen um also kann man das eigentlich ganz gut machen und da kann man wenn ich wenn ich jetzt wieder wechsel auf mein aktives dorf ach das ist das hier wieso muss ich das jetzt schon editieren ach so ja weil ich die sachen hier platzieren muss okay weil ich die sachen platzieren muss alles klar toto und ich glaube hier irgendwie so irgendwie so da unten passen da unten passen irgendwie noch glaube ich dann hier am lager der da passt der margerturm rein also so kann man es machen zwar in bohr holen wir uns natürlich auch und das werde ich heute auch noch machen dunkle zauberfabrik auch etc also so ein bisschen upgrade hier auf rathaus 8 ich freue mich ich war jetzt auch mit der lela nicht mehr mit dem mck denn die sollte erst mal die sachen hier machen wir können auf jeden fall forschen können hier weiter angreifen und alles dauert ja nicht so lange ich hoffe das andere dauert auch nicht mehr so lange aber wir haben ja jetzt mal erst mal so den zweiten dritten tag oder so das ist schon was ich meine also freunde bleibt in jedem fall gesund und dann sehen wir uns auch in den nächsten folgen wenn es wieder heiß der toto flaschen bis dahin